Was ist die Metrologie-Institut für die Metrologie-Institut? Als nationales Metrologie-Institut forscht die PTB im Rahmen der Qualitätsinfrastruktur digital an Lösungen für die Metrologie von morgen. Dabei ist das Projekt Metrology Cloud entstanden. Ziel der Metrology Cloud ist die Transformation bestehender analoge Abläufe im gesetzlichen Messwesen in digitale Prozesse und die Bündelung auf einer einheitlichen Plattform. Auch wenn wir alle täglich mit dem gesetzlichen Messwesen zu tun haben, kennt das gesetzliche Messwesen vier Hauptakteure. Die PTB als nationales Metrologie-Institut, die Eichbehörden in den Ländern sowie die Hersteller und Verwender von Messgeräten. Diese Akteure werden mittels der Metrology Cloud in einem gemeinsamen Netzwerk mit einheitlichen Schnittstellen vereint. Die Metrology Cloud ist dabei keine klassische Cloud-Plattform, sondern ein föderiertes Netzwerk aus sogenannten Nodes, die untereinander verschlüsselt kommunizieren. Jede Node kann dabei durch einen der Akteure, beispielsweise im eigenen Rechenzentrum, betrieben werden. So kann jeder einfach Mitglied im Netzwerk werden. Alle Daten bleiben auf der eigenen Node gespeichert und werden nur im Bedarfsfall mit anderen geteilt. Dadurch behält jeder Akteur die Souveränität über seine Daten und kann festlegen, wer Zugriff auf die jeweiligen Daten hat. Mittels Einsatzes kryptografischer Schlüssel können Zugriffe nachvollzogen werden und die Berechtigung für die Durchführung einer Aktion überprüft werden. Prozesse werden in einer Blockchain, einem speziellen Logbuch, verwaltet. Die Blockchain stellt sicher, dass die Ergebnisse nicht manipuliert werden können und den Anforderungen des gesetzlichen Messwesens entsprechen. Bisher war ein Software-Update auf einem Messgerät ein mühseliger Prozess. Mit Hilfe der Metrology Cloud kann ein Hersteller ein Update zur Konformitätsbewertung bei der PTB einreichen. Sofern das Messgerät ebenfalls an die Metrology Cloud angebunden ist, kann der Nutzer das Update dann anschließend einspielen und über die Anbindung an das Dmol-System werden die Eichbehörden über notwendige Überprüfungen direkt informiert. Die PTB ist mit der Metrology Cloud als ein Baustein der Qualitätsinfrastruktur digital darüber hinaus an der Europäischen Cloud-Infrastruktur-Initiative GAIA-X und dem Smartcom-Projekt beteiligt, um so weitere Synergien aus der rein digitalen Prozessabwicklung zu erzeugen. Weitere Informationen zur Metrology Cloud finden Sie auf metrologycloud.eu